es jetzt kommt der nächste folge ein zusammen mit dem kino 16 wo ist der fokus abgehauen wer hab ich grad noch? Alter du bist grad wieder mal richtig leise bei der Skype einfach richtig vielleicht weil ich grad am Anfang übersteuert hab gerade am Ende, der hat das Netz weg geflogen jetzt erhält es nach der sich weg geflogen Eifelig, Eifelig weil ich sie so aus wie Wüstenpartiet Junge alter dieser Sturm ja es ist immer der Dichtungsgap so leise bis jetzt so an, als wäre es echt so ein Sturm was sagt also ich verstehe dich nicht verstehst du denn warum nicht verstehe dich nicht jetzt sollten wir ab bei der Untergabe zu ziehen sich bei Eisenrader weil ich habe die Küste gefunden weil sie jetzt zu machen sie ist ja die brauchten zu führen zu essen da habe ich ja auch an ja das stimmt es ist ein halbeses Bild ich habe das Schild gefunden guck jemand ins Wasser er hat schon wenn er guck mal was ich habe auf die Leiche eintreten ich habe ein Blutenschild aber wie sie sich schädetisch ja auch wenn man wartet bleibt ein bisschen hier ich muss mich heilen da ist schon ein bisschen weil die Strecke über die Garen und er hat ihn überall wasserquellen er trotz kommen die Gehe du bist aber nicht ganz schön ist vorbei muss einfach nur kurz reingehen dass ich sie wieder neu ja die Heilung geht so schnell kommt weg geht weil dafür dass sie überall kann ich dir die Samen geben weil du bist ja hier der Farmer eigentlich kann ich mir geben warte ich gebe sie dir aus so und ich gebe mich ganz kurz die Kohle mit das Geräusch ja ist echt komisch ne dieses italische Geräusch ja eeeh das ist die CC ja Moment mal ganz kurz ein Lernis ich will die ich habe es nur ich habe es nur ich kann etwas Neues lernen ein Bottle Healing Water er war kommt kommt einfach wieder wir wollten müsste ich auch noch die Quest mit dem Spoonabgeben ja lol 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 man kann das heilende Wasser auch abbauen ach soo das nebisch wild damit völlig mal wahrscheinlich ein bisschen damit können wir uns ja da mal ey mein Pool kommt zurück Poolie aber der hat dann etwas kleiner nein wir machen wir ihn in einer Richtung oder unterirdisch wir bauen uns eine Oase Julian oder wir bauen wirklich ein richtiges Schwimmbad also ne für wen denn? ja nur mit diesem Wasser drin Healing Water 160 krass ich hab 300 ho es stimmt natürlich kann ja auch alles abbaune Mette Mette wenn ich Pläte macht aber um jetzt mehr Sinn weil er an Hälter wenn er will mir helfen wie viel werden wir noch brauchen für den Scheißwasser brauchen wir nicht mehr ich hab 400 ja Junge reicht gib mir mal das ganze Wasserwein startet sich das gib mir mal Wasser äh cool guck 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 so jetzt hab ich 584 NOOOOOOL Moment lass mich abbauen ich werd's abbauen oh Gott geil oh Gott geil oh Gott geil kippt mir aber trotzdem wieder am Ende ok uuuuiiii geht mir ja Moment Alter wie große Quelle alter ich habe jetzt 926 puh ho 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 warte ich bin jetzt kann ich auch schnell abbauen Moment shit aah ich will noch ein bisschen abbauen willst du die tausend voll machen oder was? ja ja ich hab genau tausend so so damit fülle ich jetzt mein Schiff Julian oh oh Junge das wär echt voll krass das ganze Schiff ja so das wär echt voll krass ja denk mal heil heil ein Schiff oh Moment die kurz ich renne weiter nach links gerade ja also bis jetzt kommen nur Kaktusse boah ich will eigentlich pixelarm hier deswegen tüte ich auch die Fächer ach nicht nicht wegen sie frei zerstörung ich hab schon wieder siebenhundert in einer Kiste waren über 300 Pixel drin ich hab äh 940 wow die Pi- wow fuck ich hab tausend jaaaa danke du Viech das hat mir grad 100 gegeben ich bin tot übrigens geil ja das ist gemacht ähm ich hab ähm so ein Viech macht 62 Schaden ich geh nach rechts okay okay Moment da kommt so ein Viech und das macht mir 62 Schaden äh 62 42 pro Hilt was ist das für ein Viech ist das so ein braunus? ja so ein kleines? äh rechts ist ein Dorf Julian ach ich krieg weniger Schaden als du weil ich hab dir ich hab schon ein paar Rüstungsteile Julian rechts ist ein Dorf das können wir ich plündere es mal okay ich geh weiter nach links ich geh weiter nach links vor allem ich spiel hier mit der Gitarre und genau dieses Lied das ich immer das ich gerade spiele hab ich dann immer hergenommen wie jeder der es gehört hat den hab ich umgebracht das ist so wie ein toten Lied ach ich hab einen neuen Kodex äh ich krieg auch sehr viel weniger Schaden weil ich schon Teil der Rüstung gemacht hab das war nicht genug für alles aber du sollst nicht schon mal ein Teil der Rüstung machen wir wollten ja für mich ein bisschen Eisen sammeln ja ja wollten wir auch aber so haben wir eben was anderes für mich ich brauche auch ein bisschen achten Stück glaub ich du 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 ich mir noch gemerkt insgesamt er wird jetzt er wird er wird er will ich mal bitte auf mein Schiff und kommt noch recht ich brauche Hilfe ein bisschen ja aber ich brauche grad Kulte bitte warum brauchst du Hilfe ja ich will die ganze Zeit umbringen wofür das bringt ja nix doch gegen meistens Pixelbananen und so die manche meistens und leitern sie alles gleich macht zusammen aber ich werde doch kurz herrückte bis zu nichts von mir die ich die Welt und kann in das zwischen uns von mir gibt es doch nicht warum dann die wir schon bis auf der Hälfte ich bin schon gespannt wer von uns öfter gestorben ist hey ja wer wohl alter ich natürlich so gut er hat bis zuerst aber gestorben ungefähr fach ich liebe diese Gitarre ich habe nämlich richtig viele neue also noch mehr Lieder addons gedauert hier ich brauche ich glaube ich brauche die Ernst nicht die Karte ich habe ich habe auch richtig ich habe auch richtig viel gerade also richtig viele Lieder zum Haus zur Auswahl und übrigens sie sind voll egal in Betten okay und Kisten frei lol und ne ho ne freie ho eine geschenkte ho okay okay und das ist was los was siehst du schon wenn du da bist oh hier so viel Cola halt ich kann das liegen das im Ernst wir brauchen ja für dich ist die brauche ich auch gut um den dünnen für was sie sich auf der öel herstellt aber auch so viel das ist raus ja Prozent wie die Klassen 1000 1117 ich hab das für mich und was soll ich in irgendeine Gruppe reingeschleift glaube ich ebenfalls das ist was das war Ja, warte, das war's. Ich fühl dich mal auch hinzu. Hey, was denn? Ah! Wo ist das Viech? Ja, du! Du bist ja gerade rechts entgegen. Ja. Ich bin gerade fertig mit der Stadt geworden. Boah, ich sehe gerade so richtig aus wie so ein typischer, der wohl in der Wüste lebt. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Ach ja, ich habe... Mandit? Nein, ich sehe... Die Straßenmusikanten, die wohl irgendwie hier rumrennen. Ich bin fertig mit meinem Lied. Oh, wie viel Kohle! Oh, du bist wahrscheinlich aggro und wenn du nicht, dann stirbst du jetzt. Was? Die überleben alle einen Bogen, Hit! Was ist das denn? Ich übrigens, ich habe neue Seeds. Was? Was denn für welche? Ähm, wie heißen die denn? Warte. Cesar Crown Seeds. Okay. Übertreiben schon bitte mit unserer Seed-Plantage, aber ist auch geil. Oh, ja. Ich renne einfach weiter. Ah! Okay, das sind wieder so viele Banditen, Julian. Okay, nicht gut, nicht stamm. Ich renne einfach an dem vorbei. Ja. Auch. Du hörst mich ja eh wieder, wenn ich... Da sind noch mehr... Na ja. Gehst du das heilige Wasser, ne? Falls du was bei dir... Weiß gar was, ich hatte gerade mit Bantagem. Und du hast mich ja eh immerhin mit dem Musikspiel. Der Typ da hinten, der macht Angst, der mit seiner leuchtenden Taschenlocker kommt mir immer näher. Was ist das wohl dort hinten, um die Kicht? Oh, hier so viel Leiden ist was. Oh, der war ein Fisch. Das lustigste Alter, wie der so die Sterbe-Aule-Animation macht, ne? Und ich immer noch auf die draufschlagen kann. Oh, der schießt auf mir. Oh, ich hab noch ne anderes gefunden. Ich hab auch noch die Kiste. Und ich habe... Wow, irgendwie scheiße. Und... Guck mal, ne Uhr, yeah. Obwohl, das kann damit nicht mein Zimmer verziehen. Guck mal, noch ne Kiste. Wow, we. Wie groß ist der... Wie groß ist der Planet, ist bitte? Ich hab ne Blowgun. Was? Ich hab ne Blowgun. Was ist ne Blowgun? Keine Ahnung, ist ne Gandhi-Blood. Ich hab das gerade ne Kiste geöffnet. Hä? No, Moment. Bahm, Junge! Ach, das ist so ne Scheiße. Die macht viel Schaden, kann nur langsam schießen. Guck mal. Guck mal. Was ich auf dem Rücken hab. Nice, das. Oh, cool. Wow. No, ey, das war Feuer. Nice, Alter. Ah, mach mal. Ah, mach mal recht wenig Schaden, aber man kann schnell zuschlagen. Äh, geh mal eine ganz kurze Gitarre, bitte. Da, du kannst die Waffe haben, die macht nur 32, ist aber recht, recht langsam. Loll, was, meine 68? Da warte ich, ich gebe dir mal alles, sieh, sieh, hierzu hab. Moment, wo's die Waffe, Ata? Du bist ja wacke, ich hab nicht wahr. Ich hab die Waffe, gar nicht. Doch, du müsstest sie haben, das ist so was wie eine Aktion, so wie so was wie eine Aktion. Ach, hab ich die nicht aufgenommen, ja. Da, doch hab ich. Da, 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 da. Die schlägt richtig, richtig langsam. Und? Da, 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 da. Ist mal ein, du hast mich 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 ein, du hast mir eine Hauke geben. Ich brauch auch eine, hier brauch auch eine, hier, ich bin, ich, überhalte sie. Nein, gib mir wieder mein, mein, mein Ding, weil ich glaub, mit dem kleinen Messer hier, es macht richtig wenig Schaden, meine Aktion, wie die Lieber? Ach, so. Weil, das Messe hier, es sieht zwar cool aus, ich weiß, vielleicht schalte er fakt an, ich hab mir die Gitarre gebt. an aber ich sehe mich voll cool aus nicht sagen wenn es ich weiß was ich damit machen kann ich kann so kämpfen damit kann ich noch nicht sein ich spiele ich spiele zum glück nicht so gut wie nichts davon das das bei der Fresse das Spiel nicht kommen ich dachte ich hätte so viel mehr Titel leider Stimmlein Quartett wie wir uns hochkommen dann lernen wir uns das reisen wir können gleich noch mal runter erstmal inventar auslernen ja stimmt er warte lernen wir es und lieber aus ich sage die Reise ich glaube nicht es hat nur so ausgesehen als ob das Spiel bei mir legen würde doch es gleich ein bisschen ich hatte ich muss mal kurz um mich zu schauen so ein Glück recht viel freier kostet das ganze Prozent ich kann mich auch nicht bewegen bei mir legt es gerade ein bisschen Leute Starbomb Starbomb war gerade schwarz ist er wieder? äh ich glaube ich ja ich habe zu viel Starbomb Materialien also hast du äh was meinst du hast du kein Festplatsschweiger mehr oder was? ja hab ich sicher vorher aufgenommen noch gefragt ja wie lange war das davor? ich weiß noch 20 Minuten oder so äh das war vor drei Stunden etwa bevor wir angefangen haben aufzunehmen nein doch nicht hier vor so als ich hab vor dieser Folge gefragt aber Gott der Gegner ach ich hab die jetzt geht's ja ein bisschen da doch ich hab die oben drin nein ich glaube ich ist zu hören da ich hab du Uhr so war das rum es ist schlimm wenn es nur du aufnimmst oder ich kann auch eigentlich das scheiße muss ich sagen ja ich kann es nicht mehr so viel halten ich weiß nicht was ich runterlöschen kann Moment wie lange geht der Teile denn noch? 15 Minuten dann mach mal ganz kurz den Timer Stopp und ich mach auch kurz den Aufnahme Cut denn ich weiß vielleicht was was du löschen kannst jetzt geht's wieder wenn die Aufnahme vorbei ist ja mach 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 wieder mach Timer Stopp ja hab ich so da sind wir wieder geben wir zu einem PC neu gestartet und ich habe mal kurz in der Zeit die Zeit genutzt um die drei neuen Pflanzenarten ups anzupflanzen hier drei neue Felder das ist Zuckerrohr das braucht was für gut äh Zuckerrohr ja Zuckerrohr sehr schön aber ich hätte mich direkt zu deinem bieten können ne? wollen wir nicht noch erst die Dorfböne umbringen? na komm das ganze ist rechts äh ja bei mir rückte ich schon wieder ernst? ja wie stark? naja warte mal äh unterbrechen wir nochmal schnell ok so ok ich hab jetzt wieder jetzt ab jetzt gibt's jetzt nicht mehr ausgemacht Sicht ja wird Rage uuuuuh mach ich jetzt mal Schaden oder so? ja cool was zur Hölle? was war das denn jetzt? ey booooh jöhle na was machst du? hehehe was ich ich das ist ja wie auch cool mit CDFL alter Juni jetzt ruck ist bei mir aber auch gerade uuuuuh uuuuuh den Typ kenne ich nicht ah Juni ein Gehkopf hinschicht ich hab um ein Bandage bekommen Juni der ist ja voll krass Juni ja genau die Fisches betreiben auch alter hey die haben die Weiterschiedsgegeben yeah weil die auch vollbrauchen und ich schon 5.000 haben die schon gelöst haben schwebst weil die auch in der Luft auch schießt Luft ich hab ich weil ich das eine Teil geöffnet habe kann ich deswegen nicht in die Tür oh fuck ich kann dir trotzdem noch einen Teil bestellen wenn du willst da ja bitte ja äh ich darf jetzt einfach wieder die unter und schließt einfach jetzt mal fest ja du bist tot Juri die war die jetzt im Fernkampf weiße und dann denk ich so joo chillig weiße geht dir in Nahkampf sofort dauernd bin auch tot aber da bei mir leckt es ist aber auch so krass Alter jetzt schickst du mich an oder was tut mir leid darf ich nicht wo bist du der Bissler 30 die Schildkröte die Schildkröte der 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 die Schildkröte spielte die Musik vorher sie getötet Bord Leiter hat es gerade am Axt da wird die ganze behalten ich habe es dir Mensch nur 102 Alter der Gegner meine 60 Jahre der er und schild und schilder ETA ich glaube dass wir sollten vielleicht er war heißen suchen ja okay ich bin wieder unten und ich habe gesagt werden wir wollten erst in den Teil entlernen Arakatz Sala ein war der Bauch der Bauch es sei aber er ist und erwartet mit den normalen Schöpfer ausgut als erstes er hat und er so erwarten ich habe 20 insgesamt gebraucht wird 20 eisen er ist wir brauchen insgesamt bald zusammen 20 er ich habe 20 stil wenn ich jetzt er hat uns dann bald zusammen auf 20 also insgesamt 20 braucht einer eine Woche 20 Jahre okay dann habe ich meine 20 er hat schon jetzt noch es heißt doch nicht so gut ich habe anscheinend schon da kommt zu sechs haben er ist unten hatte ich maximal schnell um auf dem schiff ich koche lassen wir ja noch zwei damit nicht voll dann werden wir lassen die linke tür offen okay obwohl die und so so egal ehrlich gesagt brauchen wir noch die eisenrüstung für irgendwas du hast gesagt wir könnten überhalten wegen aussehen ja jetzt haben wir aber neue ja wir packen so oder so irgendwann irgendwas drüber also die lieben ach nee könnten wir die eigentlich verkaufen bei der Maschine da keine Ahnung nein geht nicht also ich ver... ich... 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 ich werfe sie in den Müll Kornkopf boah ich... kraft mal wieder hier freshes Zeug so und leer ich bin... ich bin fertig angezogen äh noch nicht aufgeräumt oder? nein warte ich guck... ich zeig dir mal wie ich ohne aussehe warte mal ich zieh das da hallo hallo sieh jetzt nicht mehr so weiblich aus yay ich seh... ich seh auch gar nicht mehr weiblich aus nein aber echt nicht mehr und der Spoon den brauchten wir für die Mission den könnten wir eigentlich auch mal abgeben aber machten wir jetzt noch nicht genau die Waffe tut mich gleich oben in die Waffenkiste ähm warte mal alles da hast du nix drin oder in der Kiste da? doch da war was drin da hab ich gerade alles rein sortiert nein da war nur einer hat drin ja weil ich grad noch im Moment da war ja weil dann will ich da... und Tierkaffee wohnt da kriegst du Essen ich hab noch was essen geblieben äh du weißt schon da sind Kaffee und noch nicht alles da war gell äh Julan guck mal was ich für ein neues Bett gefunden hab willst du da mein altes? ich hab da oben eins ja aber ich finde deins ist irgendwie so alt so pff nö ich bin schön Fischfingers Fischen Chips und Potato umfad okay mal ich mir nochmal Fischfinger machen wir auch irgendwann mal ein Gästezimmer falls eine Folge mal und so wer kommt als ich weiß ja ob es sich lohnt für eine Folge mal einzuladen weil sich die Stimme glas mal das Bett an ich lass mal das Bett einfach gehauen wo hast du siehst äh siehs machen wir in die grüne Kiste wirklich sieht weil die sie da auch so wie ich die Lieder muss siehst du siehst mal jemand kaputt hat auch die Lieder brauchen wir nicht mein Kaffee ist siehst ach so ich würde sie schon lassen weil Kaffee die Lieder brauchen weil Kaffee braucht man ja vielleicht irgendwann nochmal ja oder oder ne ich hab so viel Essen ne ich glaub ich tue jetzt einfach mal ich mach mal ne Kiste mit Essen ich mach mal ne Kiste mit Essen ich warte die Rechte die meint gibt's nen Kühlschon? wahrscheinlich schon da haben wir ihn ja es gibt nen Kühlschon können wir ihn nicht schon Kraft? keine Ahnung ich glaub da kostet die irgendwas mit Eisen die grüne Kiste ist meine private Kiste die hab ich gefunden was ist denn da so für Zeug drin also in etwa haben wir nicht jetzt so? bis jetzt ist nur der eine Banditenhut drin krass warte ich hab noch ne Kiste die wo dazu passt ich würd sagen Essenskiste ist die ganz links ok? die große ja wir haben drei großen drei große ach da hast du das Magnet drin ok ja da habe ich so da können die Werkzeuge und so ein ja genau habe ich gerade die andere kommt essen Junge wie viel Brot ich war so was hin ich tu mal da die Sachen ach was ich kann ich mich nur von Brot ernähren guck mal was ich da für Zeug drin hab jetzt alles 190 verkörte Peerle Brüder legt mal alles rein was ich noch so hab Prozent das sind Bonkorn schon viel leerer jetzt Prozent aber ja wir wollen nur den Pool bauen ja komm dann machen wir mal was später ich mich jetzt erstmal hier das ganze Zeug zusammen sammeln was du brauchen ähm wir da lege ich auch die Waffe und so rein unser Schild die Waffen tue ich da oben aufs Schiff da hat mir noch extra Waffenkiste ja aber dies hat nur neun Dinger gehabt neun von den Plätzen wir brauchen jetzt übrigens kein Kämpfeier mehr herunten letzte März wir können doch jetzt die einflüssige Waffen die 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 ich jetzt ganz am ernst ich brauche gar nicht mehr stimmt auch wieder aber lass uns auch zu dir liegen deren Waffen bitte Prozent ich hab grad nur die Lehren der Anwescht ach du bist ein kleines Momente okay dann delete die anderen auch die wo wir wirklich lieben Nene ich sag LOL Client Server Connect ach ich ich lieg so oder so nicht auf ja ich muss kurz brat machen so sind wir wieder zur Welt start keine Ahnung was da los war was das habe ich was zu dir eine ahm die wartet die da die da also die hattest du doch ja die Braue ich aber nicht deswegen kann sie wieder wieder der Film wenn wir an irgendwie sieht der Planet von uns nicht mehr so aus wie vorher was hat was vielleicht ist es das ist nicht als irgendwie im Backup laden oder moment das war ganz kurz nachgucken ob sie vielleicht nur an einer Stelle rauskommen ich habe ich habe noch recht allerdings wenn ich da musst du ein Backup laden ja weil das Backup wird nur als 20 Stunden gemacht doch egal ja ja wie gesagt dann haben wir das vorgestern ja dann haben wir aber das Haus wieder das Haus hatten wir ja gestern noch gar nicht richtig ja aber ja wenn es jetzt gar nicht mehr da ist Julian ja moment dann haben wir die ganze Farm nicht mehr der ganze Planet wurde gesettet und wir haben jetzt das Haus komplett neu gebaut ist jetzt auf jeden Fall anders aus mal gucken bisschen sie wie sie anders und wird sie alles ausgucken sonst was also wer von dem die Kaffee wohl nicht mehr bestimmt werden kann man nicht mehr aber ich weiß noch wo komm mal kurz auf dein Schiff kommt und ich habe einen Riesenwald angebaut na ja genau also werden jetzt hier auch betrachtet schon so oft gespielt aber wir haben ja alles nur hier wir sind alten Zustand gemacht und er hat ganz kurz Eisen gesucht damit hier ist doch Kaffee aber ich kann ja das kann man abbauen gibt dir den Back sag dich man schweigkitzig ja so und zwar Leute werde ich jetzt mal ganz kurz hier ist das letzte Teil der Rüstung Craft das ist die Tolletsmusik die ich mag so Rüstung Paddel scheiß drauf so man denkt mal ein Vogel guckt dich so mit einer Gitarre an und twitter dich danach so jetzt habe ich sehr viel mehr Leben, sehr viel Energie wunderschön so können wir jetzt die Quest abgeben ja Moment, machen wir warte fliegen wir mit meinem Schiff und sagen wir dein Schiff bleibt hier für immer auf dem Planeten okay ne anders, ah ne, ok, ja, können wir machen ok, warte ich muss dann fliegst du schon mal hin ja, ich mache hier noch ganz kurz Weed Seed ach, hier die Zweitung okay, aber bei mir wird nicht aufgenommen ich glaub das hast du ja jetzt schon angeschaut naja wegen Festplatten-Ding da könnte ja der Zeit gleich rendern ein bisschen, oder? glaub nicht, keine Ahnung keine Ahnung, übrigens, wir müssen jetzt endlich mal wieder die Türen austauschen die Türen, was sagst du? komm mal kurz auf, nimm mal die Tür mit ich hab doch mal die Türen ausgetauscht ach so, nö, nö ich möchte, ich, nö und ich will meine Glaube wieder hören, konnte~~~~ ne blaue patiently auf mein Schiff was kann sie sich jetzt nicht der wir um äh ich bin an der Anerkennung ja ich hab mich hab nix ich hab was für mich okay es ist der alles ist gleich wie immer aus unserer Heimatpläne es ist so scheiße in der Tat wenigstens ist für die Christen und Inventar geblieben also wenn das weg gewesen wäre hätte ich keine er hat ehrlich gesagt ja klar hätten auch nur angefangen oder hat er vor Ort wo es sechs in die Schuhe ja ich hab das System er die Kürtel zu bringen Tischkarte anlockte auch dort auf zwei Missionen auch wo ein Gott was ich darf den Simulator gegangen Schwert wird kriegt man von dem und der so was 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 von der Welt bei Gali als die in der Nähe des Sten ab Kamer die Show hier und da auch nur so wie es entweist mit testen sie werden nicht sehen wird das spieler und hier zusammen wenn er die feindert okay nicht der andere mehr acht okay bei mir gehört auch er will an ja ich habe es auch geschlossen bei der schwarz er sagt muss ja auch schließen bisher auch teilen ach da die gibt uns wahrscheinlich die kristalle Ja, klar, gibt es die Quest noch. Ja, Quest tolle! Ich glaube, wir können eine Quest nicht mehr abschließen. Oh, da war ein Haufen-Klo. Ach doch, ich glaube... Ach, ich glaube, ich habe schon eine Quest erledigt. Lol, da beim Satelliten gibt es auch eine Quest. Lol. Alles voller Quests. Äh, ich hab eine Quest erledigt. Ja, mach jetzt auch. Du weißt, du hast auch eine erledigt. Welche? Äh, die mit dem Diamanten gerade, die man dem Typen hier geben musste. Hä, welche Diamanten? Du hast doch einen Diamanten von mir. Ja, du kriegst ja auch einen hier. Keine Ahnung, was ich dafür gekriegt habe. Äh, du hast ein zweites von denen. Komm mal mit. Hast du die hier angenommen bei Dings? Ja, ja, hab ich. Hast du die auch schon erfüllt beim Professor? Äh, ich hab doch mal gesagt, ich hab hier auf dem Klo in dem Mülleimer da was gefunden. Ja. Nimm's mal raus. Das ist nämlich der Zettel. Ah, komm mal, die Scrib-Lol! Ja, den hab ich irgendwann mal gelöscht. Und zum Glück kommt er ja immer wieder. Hä, äh, was ist, äh, da? Das ist... Ähm, lo, wie Kuhmann hier die Quest auf diesen Kanal? Nicht easy. Hier gibt's wieder die Kaffeebohne. So, wenn... Ah, ja. Und was es hier auch gibt, ist... Ein Ei und ein Malzucker und einmal Milch... What that? What that? Bring me a cake! Ich weiß. Das wird so, wie es hat mich gerade zu tun. Äh, was braucht man da für alles? Äh, ich glaub zu kommen... Milch, Weizen... Wie viel Zucker? Ein, von ihm immer ein Zucker. Ein Zucker, ein... Einmal Milch, ein Ei und einmal Weizen. Weizen haben wir ja. Okay, und... Und haben wir jetzt auch irgendeine Quest, Mann? Free as a bird, genau, das machen wir jetzt. Cake machen wir jetzt. Äh, du gibst mir dann Weizen von uns in der Plantage, oder? Ah, yeah. Visit to the ashes, mining facility, might be just what I need to fix my FLI, wife, that this is the real, and connesses been, copy to Arche. We'll holen uns das Weizen, so geht die Quest auf. Ja. Ach, fuck, ich muss auf dein Schiff. Moment, hier, nek es ist was. Ah, wirklich? Gib ja, genau. Ja, nimm dir was. Ja, ich hab mir die Hälfte genommen. Und wo macht man... Achso, man muss erst, da ist das, kochtäller. Arche, nein, 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 nein. Das war questo, Heybula, its link to the page. Muchen, ich hab einen Kuchen. Mmh eey, K adalah�. So, Cake, so ein Vent. Und, wir hatten ja noch was. Ja, was? Ich weiß nicht, oh, an FTC tatsächlich ist das, was die Quesserung gehören, ich will werden dass da um ich jetzt meinigen Fertility er genau aber auch mein Schiff angeben wie die Kuchen Mission ab Prozent auch diese ganzen schnell ja ich muss sie eben so kurz nach der Teiler läuft noch acht Minuten die Äußerung fährt das Recht er ich bin bei der Oro noch ein kleines Kanzler so auch fragezeichen ein Lichter mit der dritte ich habe es ganz schlecht gekriegt also hoffentlich das ist das wird schaden bei der Kürzmann hat er die Scheiße manchmal 2009 war es der Volk Kater weiter ja tun sie wird zu mir müssen eine Waffe Kippen Waffenkiste kommen moment bei der hat auch vorher schaden okay dann ist man zieht so aus er hat sich in mein Altes also das was du von mir bekommen hast ich nehme das da was ich für den neuen Eil von den Zuhalien zu gewünscht nein ich glaube es ist wirklich die auch diese Geräte also Prozent Prozent der Kurs der Hohentürk zu bringen die Kugel geht er habe ich doch 5.000 dabei kann ja auch mal mal jetzt wird meine ausgezogenen Scheiße aber ich habe zwei Blink-Ticht-Gas ja das ist das eine von dort wird zweifel Doktor zu kommen Morgenskrieg aber ich kann mal schnell zu deinem Planeten aber wie lange es dauert vom Autos weg zu rennen ja das hätten sie in die Küche machen können dass man hier so einen kleinen Speedboost bekommt oder so und es ist doof dass man auf dem Planeten muss und dann noch mal hoch die muss dass man um wieder so um auf seiner eigenen Schrift kommt so jetzt habe ich hier das war genau die kurze Kämpfe habe ich jetzt ja aber dafür hast du keine Kapuze mehr Boah ne ist ja voll Scheiß alter weg der Cap hier hab ich direkt gelöscht vielleicht sieht's ja bei mir schön aus ich weiß ja nicht muss immer eine kurze Kämpfe da was ist der erste geschaut ob es noch eine Mission da unten gibt hier ist es nicht ich schaue mir schnell zu kommen ich habe immer noch mal die kurze Kämpfe jetzt auch wo ich fand meine orange kurze Kämpfe ich geiler er hat sich konnte ich glaube du kannst sie dir aber nicht mehr neu kaufen bei den Typen ja aber ja es geht ja aber kannst du mir nicht nur die blaue Kulteke machen wo du die Orangenschaften haben die Orangenschaften habe ich da um getötet auch mal eine Zeit die Zeit im Ernst meine geile Jacke genommen ich scheiße da habe ich die Scheiß Kappe kriegt weil ich glaube sie auch bei mir kacke aus Auffall er hat der Kloman vielleicht mit einem der Kloman hat keine Mission er hat eine Missione er aus dem Markt die aktuell verantwortlich sind wo ist das der etwa auf bleiben die würde die öffnung Prozent hier steht besetzt es einfach mal Julian dann müssen wir müssen dieser meinungsfizilie ich weiß auch nicht genau wo die ist Moment also ich bin ihr wisst zu sehr schön Junge du kannst mich nicht konzentrieren also weg auch weg ok einfach weg geht's im Ernst ähm ich muss nur fixen Distress Signal and Conduits have been copied to SL Mission Tab need to grip the nanosuit I was given through the TECH aaaaaaah TECH schon mal TECH so body energy generation warte ich gehe kurz auf mein Schiff also warte was 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 mein Gott ich muss die ganze Zeit aus diesen dummen Hausort ne ich will den Haus rausgehen mit den Kasselands bei der Wäldchen genau so hä hab ich jetzt angewandt oder du hast jetzt angewandt so select TECH ok muss ich jetzt haben hoffentlich wenn nicht dann wäre es scheiße du musst bei deinem Schiff musst du dann auf äh TECH gehen ja ich hab's auch schon das für tägliche wo ich bin ich bin ja das zu lieben das mit dem zu lieben in der Nähe ist jetzt ich kann zu ich bin 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 ja ja ok aber wie kann man das auswählen das ist automatisch ausgewählt ja aber was macht man jetzt damit jetzt hast du äh jetzt kannst du ähm auch wenn auch ein Planeten ohne Luft kannst du zu leben so boah und jetzt haben wir hier nämlich irgendeinen Planeten wo die Facility ist wo wir wollen nein ich weiß wo ich weiß wo warte das ist mein Schiff ist das äh komm 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 auf mein Planeten äh auf mein Schiff ich will trotzdem wissen welcher Planeten das ist äh es ist ähm warte wie heißt der denn ähm das ist der Beta Gamma Gas Minoris IV V IV oder V IV naja IV hast du dieses komische Sternenfeld? ja oder weißt du das? ne ich hab's schon mal selber gespielt ey das ist was anderes kommt mir irgendwie grad nicht in den Sinn doch es gibt noch eine Norden oder? es gibt noch eine Norden ja genau bei Minoris 5 da ist nämlich auch keine Atmosphäre okay dann fliegen wir komm komm auf mein Schiff ja ne ich welchen fliegt du jetzt? 5 5 ok Kaffee Seeds ja 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 naja ja ich hab was anderes gegessen wow er sieht irgendwie aus wie ein Mond ja aber hier ist es ja Mond Eko ist ein Mond pfff oho warte bleib stehen wir gehen beide wenn du noch rechts ja aber ich irgendwie glaub ich nicht dass wir richtig sind ich frag mich halt ist das nicht irgendwie gezeichnet oder so ja ich glaub nicht dass wir hier richtig sind ich weiß nicht was das Zeichen für keine Atmosphäre ist da steht da Neue Atmosphäre also ja wir sollten mal ich glaub nicht dass der richtige Planet ist komm wieder auf mich ich glaub das ist der eine den wo ich hatte oder? das ist halt kein Planet mehr das ist so ein Sternenfeld Ding Moment kurz Moment wir Moment ich geh mal ganz kurz wieder in die warte 2 hat Atmosphäre ich sag mal ich hab' das wie es gibt es gibt nur zwei Planeten wo keine Atmosphäre aber ja ich weiß es ist er sich wo wir gerade draussen und jetzt ist er da hat die eine ich 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 frage mich halt gerade ich glaube ich glaube nach dem planeten vorgehen ich glaube wir müssen von 1 nach hoch arbeiten deswegen glaube ich erst ich bin jetzt erstmals dort auch hier ist die altkarte kann ja auch nicht okay ich bin dort Julián und das ist doch okay war ich die Züttel also zu ich kann es nicht sagen warten wo ich landen kann bei entweder stellt ich glaube ich jeden auf jeden Fall nicht hin also ich glaube nicht da kann ja nicht sein das ist ja auch ein Outpost sagen die ich glaube eher da wo wir gerade drauf waren Surface also der so ich habe es die grüße so viel erfolgt die gräße so viel selbst nicht schon darauf hinweisen was gegräbt erdienst auf jürgen mit welcher die gräße so viel ist bei dem wo wir eben waren auch hier warst du kommst wieder herr er hat sich schon los ja ich fliege gerade los Sie müssen to have I need to rip the nanish you, I was given to in the atmosphere at the facility jetzt fragt sich nur die facility, was ist das? that's the question wo finden wir die facility? wahrscheinlich ist das irgendwo, steht das wahrscheinlich irgendwo, aber wir was ist denn ne facility? ne Fabrik, soweit ich weiß äh ist ja klar, dass die dann irgendwo auf dem dummen Planeten steht ja klar! das ist mir auch klar, dass er auf irgendein dummen Planeten steht ich müsste auch eigentlich hier sein ich bin am schnellsten waaah mal links bleib stehen warum? ich will mitgehen wo einschalten man fragt, wo sie versichert sich, wenn sie den Planeten einmal umrunden ich höre jemanden sehen, ja der hat doch gesagt, für einen Outpost-Moment was steht? äh 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 soo moment saids mission tab saids mission tab saids mission tab saids mission tab aaaaaaah du musst du musst oh mein gott hm leute das ist ja das ist ja das ist ja los das sind du but